Ja der hat jetzt die Aufnahme gut, wenigstens hoffen wir mal schauen ob wir diesmal weiter kommen Ich hoffe es einfach mal, also einerseits möchte ich gerne eigentlich den Spitzimenten Krieger da unten mal versiegt bekommen Hm Hm, noch ein Mibuselenballon Ey komm Der Fiffi ist weg Hm 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 Ok, interessant Ah, das sind die beiden Hier unten Gut Ich Kann ich mal da Hoch Ok, dann muss ich wohl offenbar Ein Aha, da sind auch noch welche, die sollte ich am besten auch nochmal Mitnehmen Bevor Ich den Spitzimenten Krieger nochmal versuche Ist glaube ich einfach besser Ist glaube ich einfach besser Ganz gut Ganz gerne verzichten Oh fuck, der hat mich schon gesehen Ja, der hat mich schon gesehen Ja, der hat mich schon gesehen Gut 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 Nicht gut Ey, kann ich mal bitte Hopp, hopp Hopp, hopp Ich bin für Komm. Ey, oh fuck it, ey, nicht gut. Einmal hopp. Also das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, weil ich den eigentlich schon runter hatte. Geht hoch. So. 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 nur noch 3, das ist nicht so gut Kann ich mal bitte? Danke Aua Ja du, mal göttliches Konfetti umschalten Danke Aua Ey ficken Einmal schauen, dass die wechseln, gut Auferstehen Oh shit Aua Aua Gut, damit sollte ich ihn doch eigentlich jetzt hoffentlich besiegen können. Ich muss nur noch einmal an ihn rankommen. Ja, boah. Lapislazuli. War hart, aber ich habe es geschafft. Naja, ich hätte eigentlich gerne noch... Oh, fecken. Ich hätte eigentlich gerne noch... Oh, fecken. So, jetzt war ich wieder da, wo ich... Jetzt weiß ich... Ja, fuck. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich weiß, was ich sagen wollte. Äh, und zwar wollte ich eigentlich... Hätte ich eigentlich gerne noch eine Gebetsperle gehabt, aber... Das Glück habe ich offenbar nicht. Okay, da komme ich hier nicht drüber. Da muss ich oben den Weg drüber nehmen. Aha. Und ich muss ja sowieso auch nochmal hoch, weil da oben ja auch... Noch diese... Dieser sozusagen geschlossene Raum war. Mal sehen, was das ist. Ist. Gut. Hopp. Ähm. Einmal hopp. Oh, fuck. Das sind zwei. Nicht gut. Sorry. Ich muss mal kurz weg hier ein bisschen. Äh, wie komme ich hier jetzt... Am besten von euch weg? Aha. Ich muss nicht sicher hier ein bisschen. Oh, nicht gut. Einmal der ist schonmal weg. Kann ich mal bitte... Ist denn schonmal wenigstens die da weg. nicht gut okay fakt nicht gut hallo ich bin ja mal wieder jetzt in ziemlich viel spaß reingeraten habe ich so das gefühl nicht gut oh nicht gut kann ich mir bitte danke ok kurz schon mal gut irgendwie läuft das ganze hier noch nicht so sonderlich optimal für mich habe ich so den eindruck gerade ok das sind die da oben aha puh geh doch hm 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 ich bin gerade ein bisschen am schauen aber ich sehe für mich immer noch keinen vernünftigen weg leider um da rüber zu kommen das ärgert mich ein bisschen ich möchte nämlich eigentlich gerne dahin vielleicht muss ich dafür einfach einen anderen weg gehen hier links offenbar so nicht wie komme ich jetzt bin ich jetzt gerade blöd oder wie komme ich da hoch okay eigentlich nicht so optimal aber aber ey fuck you ja denke also irgendwie irgendwie habe ich hier noch keinen wirklich vernünftigen weg gefunden das ja ja und gerade das ist auch das was mich hier ein bisschen was mir ein bisschen hier probleme macht irgendwie finde finde oder ich sollte sagen was ich als problem empfinde gut da habe ich keinen weg hoch hm so dann sollte ich mal die hier ja doch den habe ich verhältnismäßig gut unter Kontrolle gebracht bzw. aus dem spiel genommen gut ey ey okay nicht gut ey kann ich mal bitte danke komm danke geht doch ey ey der ist jetzt auch wieder weg so ja ich glaube ich habe eine idee wie ich darüber komme gerade bzw. wie ich wahrscheinlich auch darüber vorher gesprungen bin ok ok sorry ich wollte nicht sorry wollte euch nicht stören echt nicht ok hoppala und hoppala ja ja ich weiß nicht ja ich weiß nicht das ist ja auch aber gar das ist ja ja Wieso kann der mich durch die Wand angreifen? Das ist hier nicht nett. Alter. Also echt zum Teil macht mich der Mist hier echt etwas sehr fertig. Oh fuck. Der spars hier wieder. Gut. Sehr schön. Hier wenigstens nochmal und hopp. Und hopp. Da möchte ich nochmal später gleich rein. Hm. Äh, was ist mit denen da unten noch? Äh, komm. Geht doch. Gut. Damit wäre der eine schon mal weg, der andere ist nicht so problematisch. Vor allem weil der ja so gibt wie keine Lebenspunkte mehr hat offenbar. Hm. Sehr schön. Damit werden die hier jetzt auch einmal weg. Wieso atmet hier irgendetwas? Also, deshalb, hm. Äh. 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 ok 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 damit bin ich hier jetzt schon mal auf der richtigen seite von dem also da wo ich hier auch hin wollte gut sehr schön neue geister embleme und gut einmal das hier ok das ist natürlich eigentlich ganz cool dass ich da direkt zwei kaufen kann aber erstmal mache ich das drachenmaskenfragment yay göttliches konfetti mhm das ist so ansonsten hier noch irgendwas weiteres jetzt gerade sieht gerade nicht danach aus dann da war auch nichts weiteres dann hopp und wieder zurück nein ok geht noch sehr schön gut dann kann ich hier mal hoch und mal schauen was also kann von dieser seite nicht geöffnet werden gut soviel zu dem thema ich muss dann auf jeden fall hier links auch weiter und zudem ja ich pulle extra nur den einen ja ja Irgendwie... Das ist schon ein bisschen behindert, was ich hier gerade mache, aber hey, solange es funktioniert. Ich frage es nur ein bisschen, wie viele Geist-Embleme wird mich das kosten? Hm. Okay, ich habe keine Geist-Embleme mehr. Ich mache mal jetzt schnell den hier. Nicht gut. Genau deshalb wollte ich das halt gerade nach Möglichkeit nicht machen. Okay. Das war's da. Hm. Gut. Ich denke wirklich, hm, komm, 6.000 hat mich das gekostet. Das geht noch. Ach komm, einmal probiere ich es noch. Und danach beende ich die Folge. Falls ich, nochmal, falls ich, ja okay. Denton ist danach sowieso ein Checkpoint, also. Sorry, aber ihr könnt mich mal gern haben, alles schön. Das geht noch mal. das ist doch mal optimal ob wohl vielleicht kann ich habe ich nicht auch wo war das denn bergächter klingende flitte erregt die offensichtlich des händes aus und lockt die ziel kann die klang durch ein ziel kann das das klingt nicht genau ach so wilde tiere ist schade gut ok das ist ja echt gerade ein bisschen so das problem hier nicht gut ey nicht gut ich denke ich sollte ja mal weg hm danke einmal dafür einmal dafür ey kann ich hier mal bitte äh äh nicht gut nicht gut nicht gut sorry ich muss mal kurz äh ja das ist gerade absolut nicht so wie wie ich es gerne hätte kann ich mal bitte weg hier hoppala und hoppala einmal hu das war halt das war halt äh hm ok das ist nicht der Dings wo war der Typ hab ich den mit den linaren Klamotten gekillt ne das war doch nicht der Dings ah ach komm wieso ich hatte doch geht doch hu drachenkörsake aha schön drachenkörsake ist nicht das was ich jetzt eigentlich zwingend haben wollte aber kein problem gut dich schalte ich mal aus und dann dann mal dich aber nicht gut ey kann ich mal bitte weg hier bitte wieder danke sorry du gut Warte ist da schon einmal weg Nächstens Gut Noch einer weg Und dann sollte jetzt hier theoretisch nur noch einer von denen übrig sein Und der ist jetzt weg So Glück gehabt damit Sind die Schonmal weg wenigstens da Ok Okami am Führer Shizu hm Aber nicht gut Kann ich mir bitte Oh Steht da oben jemand Ja da oben steht doch jemand Lästig Damit habe ich jetzt wenigstens Das Das hier gecleared Den dort habe ich auch gesaved quasi Gut Den Komme ich da rum weiter Hm Ich hatte das Gefühl dass ich als nächstes Hier rum irgendwie muss Voller Geldbeute Also wirklich ich habe das Gefühl dass ich hier rum muss Oder was ist mit dem hier Jochen Was ist mit der Jochen 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 Okay. Einfach mal schauen. Okay. Hm. Interessant. Ah, da hinten ist ein Karpfen. Juhu. Scherzkarpfenschuppe bekommen. Damit kann ich mir ein Lapus Lazuli holen. Einmal ein wertvoller Köder. Aha. Damit kann ich mir, wenn ich mich recht, in so eine weitere... Scherzkarpfen Schuppen holen. Aber jetzt... ...möchte ich eigentlich erstmal schauen, ob ich... ...komme ich hier oben irgendwo ran? Hm, da nicht. Hm. Eigentlich möchte ich hier... ...gerne... ...irgendwie irgendwo hoch. Was ist... ...ist hier noch... ...gerade was? Hm. Und ich sehe gerade auch, dass ich eigentlich mal die Folge beenden sollte. Von der Länge her auch. Sowieso. Hm. 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 ...irgendwie muss ich da doch... ... ... ... also ich glaube es gibt für mich keinen Weg mehr da gerade hoch. Hm. ... 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 Sachen. Leichte Geldbeutel, Magnetil-Shot, uh-huh. Komm. Ist hier noch. Also da sind halt noch Schatzkarpfen und sowas alles wieder. Hm. Ansonsten sehe ich hier jetzt gerade so direkt. Hm. Ist hier hinten noch was? Oder war ich hier hinten schon mal? Ich glaube, ich war hier hinten schon mal. Okay. Ich bin jetzt hier. Hm. Okay. Ich denke, dann würde ich einfach mal an dem Punkt dann hier jetzt diese Folge beenden. Mal sehen, wo ich dann weiter muss. Die Folge ging jetzt aber auch schon über 40 Minuten, ey, alter Schwede. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daraus hätte ich ja gleich zwei Folgen machen können. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.